Wenn du deine erste Rechnung schreiben willst, fragst du dich vielleicht, woher du deine Steuernummer bekommst. Die Antwort bekommst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melchior von Kontist und vielleicht bist du gerade dabei, deine erste Rechnung zu schreiben und fragst dich jetzt, woher kriegst du eigentlich deine erste Steuernummer. Weil ohne Rechnung kein Geld, deswegen ist die Steuernummer auch so wichtig. Fürs Finanzamt ist die Steuernummer genauso wichtig, weil im Finanzamt ist die Steuernummer quasi das interne Aktenzeichen für deine Akte quasi. Das heißt, jedes Mal, wenn du eine Steuererklärung abgibst, wenn du einen Brief mit dem Finanzamt austauscht oder auch wenn du anrufst, musst du immer deine Steuernummer parat haben, weil das Finanzamt intern nur, also der Sachbearbeiter nur mit der Steuernummer in der Lage ist, deine Akte und deinen Fall zu finden. Wenn du die nicht angibst, geht deine Anfrage quasi verloren. Wenn du jetzt die Steuernummer beantragen möchtest, solltest du natürlich als erstes wissen, wo, also bei welchem Finanzamt musst du eigentlich diese Steuernummer beantragen. Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder wohnst du da, wo du arbeitest, dann hast du nur ein Finanzamt, das regional für dich zuständig ist. Im Internet gibt es eine Seite, da kannst du eintragen und herausfinden, welches Finanzamt für dich zuständig ist. Die verlinke ich dir unter diesem Video. Wenn du allerdings woanders wohnst, als du dein Unternehmen angemeldet hast, dann gibt es einmal das Wohnsitzfinanzamt und das einmal das Betriebsstättenfinanzamt. Und dann musst du dich einmal registrieren für deine Selbstständigkeit, das heißt für deine Umsatzsteuer und deine gegebenenfalls Gewerbesteuer. Beim Betriebsstättenfinanzamt, dann kriegst du eine Steuernummer für diese betrieblichen Steuerarten und kriegst noch eine zweite Steuernummer für deine Einkommenssteuer. Und das ist quasi beim Wohnsitzfinanzamt, das heißt, du musst zwei Steuernummern beantragen. Wenn du jetzt weißt, wo du deine Steuernummer beantragst, fragst du dich vielleicht, was du jetzt genau dafür tun musst. Als Angestellter ist das eigentlich relativ einfach und zwar erstellst du einfach deine Einkommenssteuererklärung. Das heißt, du machst einfach deine Einkommenssteuererklärung, kannst du irgendein Online-Tool dafür benutzen, schickst deine Einkommenssteuererklärung ab und kriegst dann nach ein paar Wochen deinen Steuerbescheid. Und auf diesem Steuerbescheid steht dann deine Steuernummer und das ist dann die Steuernummer, die du auch in Zukunft verwenden kannst. Als Selbstständiger ist das Ganze ein bisschen aufwendiger. Als Selbstständiger bekommst du deine Steuernummer, sobald du dein Unternehmen beim Finanzamt registrierst. Wenn du noch keine Steuernummer hast, ist das ein Zeichen dafür, dass du dich vielleicht noch gar nicht registriert hast beim Finanzamt, was du dann dringend nachholen solltest. Bei der Anmeldung deiner Selbstständigkeit hast du zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, du kannst dich als Gewerbetreibender anmelden. Zweite Möglichkeit, du meldest dich als Freiberufler an und da ist die steuerliche Registrierung unterschiedlich. Als Gewerbetreibender gehst du nämlich als erstes zum Gewerbeamt. Da kannst du physisch hingehen. In den meisten Gemeinden, Bundesländern kannst du das inzwischen auch online machen. Das heißt, du gehst einfach auf die Webseite oder gehst physisch hin und machst deine Gewerbeanmeldung. Das heißt, du kriegst einen Gewerbeschein und dann geht das Gewerbeamt anschließend nach deiner Anmeldung hin und informiert die zuständigen Behörden, mit denen du in Zukunft zu tun haben wirst. Das ist z.B. auch die IHK oder die Handwerkskammer, aber halt auch das Finanzamt. Das Finanzamt meldet sich dann bei dir und sagt dir, was du machen musst, um an diese Steuernummer zu kommen. Das Ganze kann aber relativ lang dauern. Meiner Erfahrung nach teilweise bis zu drei Monate. Das heißt, bis zu drei Monaten von der Gewerbeanmeldung, bis das Finanzamt sich bei dir meldet und dir erzählt, was du machen musst, um die Steuernummer zu bekommen. Wenn du jetzt gerade gestartet hast und Rechnung schreiben willst und dafür brauchst du ja deine Steuernummer, dann hast du natürlich keine Lust, drei Monate zu warten. Du hast dann die Möglichkeit, auch proaktiv von dir aus quasi online über Elster Online den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen. Das ist nämlich das, wie du die Steuernummer bekommst. Ich persönlich würde dir empfehlen, du meldest erst dein Gewerbe an und gleich eigentlich direkt hinterher gehst du auf Elster Online, registrierst dich beim Finanzamt und füllst den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Und dann bekommst du je nach Finanzamt und je nach Arbeitsstand so nach zwei bis sechs Wochen deine Steuernummer, die du dann auf deine Rechnung schreiben kannst. Wenn du Freiberufler bist, dann kannst du diesen ganzen Schritt der Gewerbeanmeldung überspringen. Wer ist Freiberufler und wer Gewerbetreibender ist, dazu erstelle ich ein zweites Video, das findest du hier verlinkt. Klassische Freiberufler sind zum Beispiel Ärzte, Architekten, Rechtsanwälte und so weiter. Wenn du Freiberufler bist, dann meldest du kein Gewerbe an, sondern machst ausschließlich die Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Das war bis Ende 2020 auch noch möglich physisch. Also da hast du einen Fragebogen gehabt, das, ich weiß gar nicht, sechs, sieben, acht Seiten lang, hast es auch ausfüllen müssen und konntest per Post hinschicken. Seit Januar 2021 geht das nur noch online, das heißt, du meldest dich bei Elster Online an und füllst da diesen Fragebogen aus und bekommst dann irgendwann nach ein paar Wochen deine Steuernummer. Wenn du es jetzt ganz eilig hast, willst du vielleicht auch nicht zwei, drei, vier, fünf Wochen warten, sondern hast es ein bisschen eiliger. Dann kann ich dir einen Tipp geben, ruf einfach nach 14 Tagen mal bei deinem Finanzamt an. Wir haben nämlich in der Praxis erfahren, dass häufig im System quasi die Steuernummer schon existiert hat, aber der Brief beim Kunden noch nicht da war. Es kann wirklich bis zu zwei Wochen dauern von, es existiert eine Steuernummer beim Finanzamt und du hast den physischen Brief mit deiner Steuernummer bekommen. Wenn du es jetzt wirklich eilig hast, ruf einfach nach ungefähr 14 Tagen einmal beim Finanzamt an, erkundige dich, wie der Bearbeitungsstand ist und die Chance ist relativ gut, dass sie dir am Telefon dann schon deine Steuernummer sagen können. Am Ende bekommst du den Brief, das heißt, du bekommst pro Finanzamt, pro Steuernummer quasi einen Brief und auf dem Brief steht deine Steuernummer und auch für welche Steuerarten quasi diese Steuernummer ist. Wenn du beispielsweise zwei Finanzämter hast für dein Wohnsitzfinanzamt, dein Betriebsstättenfinanzamt, dann bekommst du zwei Briefe von unterschiedlichen Finanzämtern und da steht dann jeweils drauf, für welche Steuerarten du jeweils diese Steuernummer verwenden musst. Ich hoffe, dieses kurze Video hat dir geholfen. Wenn du sonst noch steuerliche Fragen hast, schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wenn du Interesse an den Leistungen der Kontosteuerberatung hast, findest du dazu alle Informationen unter diesem Video. Ansonsten kannst du dir aber auch gerne diese Videos hier und hier anschauen und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Wenn du deine Rechnung schreiben willst. Predούμε Erst Fast Ich Let S Und It First